So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Danke, sehr schön, herzlich willkommen. Wir legen direkt los, hab interessante, schreckliche Nachrichten mal wieder für euch. Berlin, wir gucken ins Shithole unserer Hauptstadt Berlin. Berliner Linke stimmt Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen zu. Ja, das finde ich ganz interessant, denn eigentlich war es nicht so, dass die Frau Giffey doch eigentlich gar nicht mehr regieren wollte und jetzt ist sie dann da doch in einer tollen Top-Position. Es ist faszinierend, was da abgeht. Und in diesem Jahr wird sie voraussichtlich tatsächlich noch zur regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Aber gut, die Berliner haben sich dafür entschieden oder eben auch nicht. Mir ist nämlich noch folgender Gedanke gekommen. Wir erinnern uns einen Monat zurück, morgen ist es ganz genau einen Monat, 19.11., ich bin auf der offiziellen Seite des bundeswahlleiter.de und da habe ich euch ja letzten Monat schon über diesen Artikel hier berichtet. Bundestagswahl 2021. Bundeswahlleiter legt Einspruch in sechs Berliner Wahlkreisen ein. Es ist jetzt ein Monat vergangen, es gibt keine Neuigkeiten über das Thema und es wird in Berlin einfach so weitergemacht, als ob alles bei dieser Wahl richtig abgelaufen ist. Und nachweislich ist das ja eben nicht so, weil die Wahllokale waren ja länger geöffnet als 18 Uhr in manchen Stadtteilen, die Wahlzettel waren fehlerhaft, Wahlzettel waren zu wenig und so weiter und so fort. Diese Liste der Vorkommnisse war ja wirklich sehr, sehr lang, aber irgendwie passiert nichts. Es wird jetzt hier sogar wirklich hier vom Georg Thiel, dem Bundeswahlleiter, moniert, dass das nicht passt, dass hier sogar mandatstechnisch einige Sachen bei der Wahl, also eine Mandatsrelevanz besteht für die Wahl und dass man das nochmal überprüfen sollte, gegebenenfalls Neuwahlen machen sollte. Davon wird nicht mehr gesprochen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich total krass. Im Gegenteil, hier alle stimmen dazu. Berliner Linke stimmt Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen zu. Ja, Freunde, an der Stelle kleine Werbung mit Verbindung für Informationen für euch. Das plantischen Vitamin D3-Tropfen. Ich habe nämlich einen interessanten Artikel gelesen, hier bei Gesundheitsstadt Berlin. Auch geil die Überleitung jetzt, dass es in Gesundheitsstadt sich nennt hier. Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren beugen Autoimmunerkrankungen vor. Und es ist ja tatsächlich so, dass Vitamin D3 wirklich ein sehr, sehr wichtiges Vitamin ist und wir in Deutschland, gerade wegen hier, wegen der Längen und Breiten gerade, einfach zu wenig davon aufnehmen, weil die Sonne zu wenig scheint. Und wenn man dann draußen ist, ich habe sehr, sehr guten Vortrag von Professor Spitz dazu gesehen, aber auch von Dr. von Helden und so weiter. Es gibt ja wirklich einige Koryphäen auf dem Bereich mit Vitaminpräparaten, Vitamin D3 im Speziellen. Und wenn man dann draußen ist und die Sonne mal ein bisschen scheint in Deutschland, man hat dann quasi die Möglichkeit über das Gesicht und vielleicht noch ein bisschen die Hände, weil der Rest ist mit Kleidung bedeckt, Vitamin D3 aufzunehmen, weil wir es über die Haut aufnehmen. Das kann doch nicht reichen. Das sollte doch jedem klar sein. Und es gibt ja immer mehr Beweise und Studien und Nachweise dazu, dass Vitamin D3 wirklich viel, viel bringen kann. Und so heißt es nämlich hier, ältere Erwachsene, die fünf Jahre lang Vitamin D3 und oder Omega-3-Fettsäuren zu sich nahmen, reduzierten ihren Risiko für Autoimmunerkrankungen um 25 bis 30 Prozent. Und dementsprechend nehme ich das hier gerne nochmal mit auf. Guckt euch die Sachen unten an, Plantation. Ich verlinke sie euch unterhalb des Videos. Benutze ich gerne hier in Verbindung mit Magnesium natürlich. Finde ich ganz wichtig. Ein Tropfen hat 1000 internationale Einheiten. Ihr müsst dann bei euch gucken, ob ihr einen Tropfen, fünf Tropfen oder zehn Tropfen, wie viel ihr auch immer benötigt pro Tag zu euch nehmt. Ja Freunde, als nächstes haben wir wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Hier leider als Weltplus-Artikel, deswegen scrolle ich jetzt nicht durch. Ich hatte es ja angemerkt in einem Video, in der letzten, vorletzten Woche müsste es gewesen sein. Empörung über unbrauchbare Inzidenzerhebung in Bayern. Das war am 6.12. Habt ihr irgendwie einen großen Aufschrei oder ähnliches mitbekommen? Ich leider nicht. Dann haben wir jetzt ganz aktuell wieder vom selben Autoren, dem Tim Röhn, der wirklich ein sehr, sehr guter investigativer Journalist ist. Die grob falsche Zahl der Unge... in Hamburg. So und jetzt schalten wir hier auf die Fresse, Kämpfer um. Leute, wir gehen erst nochmal zurück nach Bayern. Und in Bayern heißt es nämlich hier, in Bayern und Hamburg werden Fälle, bei denen der Punktpunktpunkt-Status unbekannt ist, als Ungepunktpunktpunkt eingestuft. Das Ergebnis unbrauchbare Inzidenzen. Ja, surprise, surprise. Das ist doch wieder mal eine Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist. Denn wenn dann hingegangen wird, wird gesagt, ja, 20 haben es, 20 haben es nicht, bei den anderen wissen wir es nicht und die anderen zählen wir einfach zu denen, die es nicht gemacht haben. Ja, Leute, sorry, aber das ist ja der größte Humbug. Das ist doch der größte Humbug. Und so läuft das hier schon sehr, sehr lange, ist meine Vermutung ganz einfach. So kann man natürlich die Zahlen sich negativ gesehen schön rechnen, wie man sie haben möchte, wie das in Bayern wohl der Fall war. Aber wo sind Rücktrittsforderungen? Wo sind Rücktrittsangebote von einem Söder, von einem Peter Tschentscher hier jetzt im Speziellen aus Hamburg? So heißt es nämlich bezüglich Hamburg. Am 16. November trat Peter Tschentscher, erster Bürgermeister von Hamburg, vor die Presse der Hansestadt und sprach über die aktuellen C-Entwicklungen. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sagte der SPD-Politiker, in der Woche zuvor seien 90 Prozent der Neuinfektion auf Ungepunktpunkt zurückzuführen. Zitat, deswegen ist das ein sehr klares Bild. Eine Grafik wurde auf die Leinwand geworfen. Sieben Tage Inzidenz der G-Punktpunktpunkt 22, Inzidenz der Ungepunktpunktpunkt 605. Und so heißt es nämlich hier weiterhin, doch nun wird klar, die Zahlen, mit denen der Regierungschef Politik machte, sind offenbar gänzlich falsch, seine Behauptungen mit den Fakten nicht in Einklang zu bringen. Und da ist nämlich die FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna Elisabeth von Treuenfels-Frohwein, geiler Name, hingegangen und hat sich nämlich zurückerinnert an eben diese Informationen, die nämlich hier aus Bayern bekannt wurden. Und Treuenfels-Frohwein wollte wissen, wie die Lage in Hamburg wirklich ist, heißt es hier. Um welche Dimension handelt es sich? Wie lauten die tatsächlichen Zahlen? Diese Fragen stellte sie dem Senat, also ganz offizielle Anfrage. Das gleiche hat aber auch die Welt am Sonntag gemacht. Die Presseanfrage von der Welt am Sonntag wurde allerdings bis heute unbeantwortet. Die FDP-Abgeordnete hielt eine Antwort nachzulesen in der Drucksache 22-6678. Und da geht hervor, Zitat, dass der Status der Infizierten seit Beginn der Inzidenzausweisung Ende August mit jeder Woche seltener vorliegt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dies zeigen die Daten, die im Landeszentrum vorliegen und bislang unter Verschluss gehalten wurden. Leute, was hier abgeht, kannst du dir nicht mehr vorstellen. Da werden Daten einfach nicht veröffentlicht, sind unter Verschluss und sonst was. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der EU mitbekommen habt, von den ganzen Konzernen, dass die Daten angefragt wurden. Die haben hunderte Seiten Informationen zu den Verträgen bekommen und da war fast alles geschwärzt. Das waren einfach nur schwarze Blätter. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Wir kriegen hier nichts raus. Selbst die Europa-Abgeordneten bekommen die Unterlagen nicht ohne irgendwelche Einschränkungen der Zensur. Das ist absolut unfassbar, auf welcher Grundlage hier vorgegangen wird und wo sind hier große Aufschreie der Kritik, wo sind hier Aufschreie Rücktrittsforderungen etc. pp. Das vermisse ich wirklich gänzlich an der Stelle. Aber schreibt mal eure Vermutungen und eure Meinung zu diesem Thema gerne unten rein. Ja, weiterhin haben wir hier noch ein interessantes Ding. Also das kannst du dir nämlich nicht ausdenken. Es wird hier auf eine neue Technologie gesetzt. Elektroautos. Die Mobilität soll gänzlich verändert werden, obwohl die Infrastruktur dafür nicht besteht. Bedeutet, wer keine Garage zu Hause hat, hat es im Laden schon deutlich schwerer. Respektive ein Haus, wo er außen eine Wallbox vielleicht montiert hat oder ähnliches. Wer auf die öffentlichen Ladestationen angewiesen ist, ist sehr, sehr schwierig unterwegs. Sagen wir es mal so. Und dementsprechend, eigentlich sollte doch, über einen Zehn-Jahres-Plan war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hingegangen werden. Und eine Million Ladesäulen, war es wirklich so viel, sollten installiert werden in Deutschland. Von dem Projekt hört man irgendwie auch nichts mehr. Okay, das große C kam ja dazwischen. Das Ganze hatte irgendwann begonnen Ende letzten, nee, Anfang letzten Jahres. Anfang 2020. Und dann ist das meiner Meinung nach so ein bisschen eingeschlafen. Und wie wir ja alle wissen, sind ja Kobolde in den Akkus der Elektroautos. Und wir sind ja leider technisch noch nicht in der Lage dazu, da zu 100% drauf zu verzichten. Klar, da versuchen die Hersteller natürlich vorzugehen, um das zu lösen, dass das nicht mehr notwendig ist. Aber aktuell als Status ist es nicht möglich. Und jetzt heißt es aber hier, bei Giga.de, in elf Jahren kann schon alles vorbei sein. Wer sich heute ein Elektroauto zulegt, will damit in der Regel etwas Gutes für die Umwelt tun. Außerdem geht es darum, sich die freie Mobilität zu erhalten, wenn Verbrenner bald von den Straßen verschwinden. Doch auch E-Autos sind wohl nicht für die Ewigkeit. E-Autos in der Krise, in elf Jahren wird Kobold knapp. Ja, Leute, das ist doch nur logisch. Das ist doch nur nachvollziehbar. Also, ich frage mich immer wieder in den letzten Jahren, wo ist denn hier der normale Menschenverstand geblieben? Dass man sich einfach normal mal hinsetzt, Argumente austauscht und einen gemeinsamen Konsens findet und auch Probleme bespricht, wie zum Beispiel, dass Kobalt nicht genug Vorkommen hier zur Verfügung steht auf der Erde und dass man mit diesem Abbau auch mit Kinderarbeit und so weiter zusammenkommt. Das kann doch nicht befürwortet werden, dass man dann sagt, ja, aber dafür haben wir ja jetzt hier super Autos in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt. Das ist doch einfach nur lächerlich. Aber wo kommt der Strom her und so weiter? Diese Liste ist ja lang der Fragen, die gestellt werden müssen, meiner Meinung nach. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung gerne dazu mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Alles bleibt scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.